Hallo und herzlich Willkommen. Heute schauen wir uns das Dadat-Girokonto und das Girokonto von Indiba ein wenig genauer an. Und zwar stellen wir uns die Frage, welches dieser beiden Konten ist denn überhaupt das bessere? Warum eigentlich genau diese beiden Konten und nicht ein Girokonto von der Easybank oder der Bank direkt durch die IKB? Nun ja, beide Girokonten bieten im Moment einen Startbonus von 75€ und das ist ein verdammt attraktiver Betrag und deshalb schauen wir uns eben genau diese beiden Konten an. Im Großen und Ganzen sind diese beiden Girokonten ident, jedoch gibt es aber auch Unterschiede und wir haben eben hier eine Vergleichstabelle angelegt, die gleich einmal zu Beginn einen gehörigen Unterschied zeigt. Diejenigen, denen das wichtig ist, woher ein Unternehmen kommt, die sollte sich das genauer ansehen. Und zwar die Dadat ist eine Marke des Bankhauses Schelleham & Schatterer. Dieses wiederum ist Teil der Grawe Bankengruppe und die Grawe Bankengruppe gehört der Grazer Wechselseitigen Versicherung mit Sitz in Graz und die Grazer Wechselseitige Versicherung, die gehört sich selbst. Also unter dem Strich heißt es 100% österreichisch mit einer österreichischen Einlagensicherung. Anders verhält es sich bei der INDIBA. Und zwar gibt es zwar in Wien eine Niederlassung mit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber die wiederum gehört der INDIBA in Deutschland zu 100% und die INDIBA in Deutschland gehört wiederum zur INGruppe aus den Niederlanden und ist ein riesengroßer Konzern mit fast 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das führt wiederum dazu, dass es bei der INDIBA nicht die österreichische Einlagensicherung gibt, sondern die deutsche Einlagensicherung. Ja, so viel zum Formellen. Es schaut so aus bei der Kontoführung, dass beide Karten sind mit der Bedingung, dass es einen monatlichen Eingang gibt in Form eines Gehalts, einer Lohnzahlung oder einer Pension. Hier eine kleine Besonderheit bei der Dadat, die sagt, liebe Selbstständige, ihr seid bei uns genauso herzlich willkommen, wenn ihr im IPU seid, schickt uns dazu einfach eine Einkommenssteuererklärung von euch. Wenn die in Ordnung ist, seid ihr herzlich willkommen. Bei den INDIBA sind Selbstständige nicht willkommen, die haben keine Möglichkeit, ein Share-Konto zu eröffnen. Wenn es keine regelmäßigen Eingänge gibt, verlangen beide Banken etwas, und zwar die INDIBA 4,20 Euro und die DADAT 4,50 Euro. Den bereits angesprochenen Startpunkt sind in der Höhe von 75 Euro. Gibt es bei der DADAT erst nach dem zweiten regelmäßigen Eingang, wenn diese über 1000 Euro ist. Da ist die INDIBA nicht zu knausrig und sagt, naja, wir überweisen dir die 75 Euro auf ein neues Konto bei uns, nach vier Wochen nach der Öffnung. Gemeinschaftskonten sind bei beiden möglich und ein Kontowechsel-Service ist ebenfalls bei beiden möglich, wobei das Kontowechsel-Service, das ist der DADAT, automatisiert geschieht. Heißt nichts anderes, wir als Kunde haben hier die volle Kontrolle und sehen, was passiert und mit Hilfe einer Software werden eben sämtliche Lastschriften des alten Kontos ausgelesen und wir können dann sagen, okay, dieses Unternehmen wollen wir informieren, dieses auch, dieses auch, dann bitte noch den Arbeitgeber informieren und am Ende des Prozesses sagen wir dann noch, ja, okay, wir möchten das alte Konto auch noch schließen und der Restzahltor wird dann bitte mit dem neuen Konto gutgeschrieben. Da haben wir bei der DADAT einen Vorteil, wir haben mit der Hilfe einer Software hier wirklich eine schöne Übersicht und dann können wir hier auch Hand anlegen. Die INTIBA macht das ebenfalls, den Kontowechsel-Service, aber eben manuell und wir sind dann wirklich rein. Gut, schauen wir zu den Karten. Hier wieder ein Paarlauf, beide bieten eine Bankomatkarte mit NFC-Funktion an, beide haben eine Kreditkarte, die hergegeben wird bei einer entsprechenden Monität. Die DADAT fügt aber hier noch hinzu, ja, aber ein Mindesteingang im Monat von über 1000 Euro sollte sehr wohl da sein, eine Gemeinschaftskonto sogar über 2000 Euro. Wenn du ein Gemeinschaftskonto hast und du möchtest deine Partnerkarte, dann kostet diese Partnerkarte bei der DADAT 11,90 Euro im Jahr und bei der INTIBA um 3,10 Euro mehr, also 15 Euro im Jahr. Die Kreditkarte für den Partner oder Partnerin kostet bei beiden 19,20 Euro, wobei es im ersten Jahr hier eine Aktion gibt, bei der DADAT ist diese kostenlos und bei der INTIBA kostet sie 12 Euro im ersten Jahr. Also hier ein leichter Vorteil bei den Karten, wenn es um Partnerkarten geht, weil diese eben günstiger sind, bei der Kreditkarte könnte es eventuell bei der DADAT schwieriger sein, diese zu bekommen. Bei den Zinsen wieder ein paar Lauf 0 Euro Warenzinsen, das heißt rüber auf Sparkonto bei den beiden Anbietern, wenn man Zinsen möchte und bei den Sollzinsen 6,90 Euro, bei beiden, wobei bei der INTIBA es hier einen kleinen Vorteil gibt, denn es gibt dieses Ups, wenn sie nur geringfügig überziehen, dann brauchen sie für die ersten 50 Euro Überziehung keine Sollzinsen bezahlen. Ja, dann kommen wir schon zu dem Thema Fahrgeld und wie kann ich denn Geld einzahlen bei beiden Banken. Beide Banken sind Direktbanken konzeptioniert, das heißt es ist ein wenig komplexer, wenn es um Einzahlungen geht. Es ist aber durchaus möglich und zwar gibt es die Mama oder die Einlagensicherungsbank, das ist ja das Bank Kauschell, Hang- und Schatterer, die wiederum hat unter anderem Stephansplatz eine Filiale oder neben dem Stephansplatz. Da können sie einzahlen oder Kursbeträge abheben, das Ganze kostet sie dann eben 3 Euro oder sie verwenden einen von über 60 Volksbankenautomaten, da können sie ebenfalls Geld einzahlen, das kostet sie dann 50 Cent. Die INDIVA hat nur eine Filiale am Schwedenplatz, die können selber kein Bargeld einzahlen und so sagt die INDIVA, wenn du wirklich Geld einzahlen möchtest, dann macht es bei irgendeiner anderen Bank, die werden dafür Gebühren verlangen und wir übernehmen bis zu zweimal im Jahr eben die Erstattung dieser fremden Spesen. Bargeldbehebung, ja, bei jedem Bankkommand, es gibt hier Limits, wenn man das Limit bei der Tadata erhöhen möchte, muss man das Ganze mit einem Formular machen, alternativ bei der INDIVA geht das bereits über das Online-Bänkel. Ja, ganz spannend ist bei der Tadata noch, bei der Bargeldbehebung, man kann auch mit einem Bar-Tank, ja, Bargeldbehebung, das heißt Bargeldbehebung ohne Bankkommatkarte, sieht so aus, dass sie über das Online-Bänkel einen TAN generieren und bei jedem vierten Bankkommand in Österreich können sie dann eben mithilfe dieser TAN abheben. Dieses Verwendungszweck könnte so sein, dass eben ihr Sohn oder ihre Tochter anruft, Mama, Papa, ich habe kein Geld, könntest du mir das geben, dann generieren sie so diesen TAN, schicken dann per WhatsApp oder wie auch immer dem Sohn oder die Tochter diesen Code und die Tochter, der Sohn sucht sich dann eben in einem Bankkommat mit einer Zahl von vier und kann dann eben mithilfe dieser TAN dann dort Beträge bis zu 100 Euro abheben. Dann, was kostet es außerhalb der Eurozone? Hier leichte Vorteile bei der INDIVA, 2 Euro pauschal, beziehungsweise bei der Tadat 1,82 Euro fix plus 0,75 Euro des Betrages und ein Point of Seed bezahlt kostet 1 Euro flat bei der INDIVA und 1,09 Euro plus 0,75 Euro bei der Tadat. Beim Banking, oh, ist es bei beiden Banken ein bisschen, hm, naja, würde ich mal sagen. Und zwar, ich hatte vom Online-Banking der INDIVA nicht so viel, es ist absolut rudimentär, man kann zwar alles machen, aber naja. Die Smartphone-App ist ein wenig schöner und da haben wir den Akteil bei der Tadat, da gibt es noch gar keine Smartphone-App. Da müssen wir also gedulden bis zum Herbst 2017, was aber sehr wohlmöglich ist, Sie können über eine Web-Pause am Smartphone das Online-Banking der Tadat verwenden. Ansonsten ist der Startout-Online-Banking wirklich 1A. Sie haben dort Push-Notifications, Sie können zum Beispiel den QR-Code scannen, Sie können Überweisungen als Vorlage abspeichern, was zum Beispiel der INDIVA nicht möglich ist im Jahr 2017, sondern es gibt natürlich Überweisungen einer Kontakte. Und was mir sehr gut gefällt, ist das Thema Statistik. Es gibt eben auch sehr viele Möglichkeiten, das Online-Banking zu konfigurieren. Das ist bei der Tadat sehr, sehr umfangreich. Wenn Sie mehr über die Statistiken wissen möchten, dann würde ich Ihnen sagen, schauen Sie auf Gratiskonto eben bei den Details zum Tadat-Giro-Konto. Da zeigen wir Ihnen ein paar Statistiken dieser Bank her. Kontoöffnung bei beiden Online, wobei das eben bei der Tadat-Gilder funktioniert, dank Video-Ident-Verfahren, bei dem INDIVA da auch das über das Fremdkonto überweisen oder vielleicht sogar nach Postgült deutlich erinnern. Was mir persönlich weniger gut gefällt, ist eben das Thema Obligu-Anfrage beim KSV 78, weil bei dem INDIVA ein Giro-Konto öffnen möchte, der hat automatisch beim KSV später dann einen Eintrag zur Obligu-Abfrage. Das heißt, wenn da ein anderes Unternehmen rein sitzt, sieht sie eben diese KSV-Abfrage. Andere Produkte, da sind Sie ebenfalls bei der Tadat ein bisschen besser aufgehoben. Sie haben eben bei beiden ein Sparkonto, Wertpapier-Depot gibt es eben bei dem INDIVA nur in Form eines Fondepots. Konsumkredit haben beide, wobei das bei der Tadat nur über die SWK-Bank läuft. Mobilenkredit könnte man über die Schwesternbank der Tadat, der Bank Burgenland machen. Wertpapier-Depot ist äußerst umfangreich bei der Tadat, denn Sie haben dort die Chance, dass Sie Fondos kaufen, Aktien kaufen, CFDs kaufen, ETFs kaufen und andere Produkte. Wirklich ein umfangreicher Broker. Ja, Versicherung, wen es interessiert, könnte über die Mutter oder Mutter der Wechselseitigen gekauft werden, beziehungsweise abgeschlossen werden. Naja, Support eine Spur besser bei der INDIVA, weil es eben eine Filiale am Schwedenplatz gibt, plus eben längere Öffnungszeiten starten unter bis Freitag 8 bis 18 Uhr. Wie bei der Tadat gibt es eben bei der INDIVA bis 20 Uhr Telefon, E-Mail ist bei beiden gleich. Und so kommen wir zum Fazit. Meines Erachtens ein leichter Vorteil bei der Tadat und warum ich auch die Tadat präferieren würde, eben das Thema Österreich steht im Mittelpunkt. Und es gibt nämlich so Aussagen bei der INDIVA, die irgendwie darauf schließen lassen könnten, dass das Karte-Diskonto vielleicht irgendwann einmal ein Ablaufdatum hat. Denn der CEO, der INDIVA, hat so, ja, schon ein bisschen was angedeutet. Und zum 01.06.2017 ist eine Umstellung passiert, dass bei Neuöffnungen ganz gleich, ob regelmäßiger Eingang oder nicht, wird zuerst 4,20 Euro abgebucht. Und dann bei einem monatlichen Eingang wieder gut geschweben. Und die INDIVA spricht von einer Stattung dieser Gebühren bis auf Weiteres. Und das ist ein Punkt, der mich ein wenig stutzig macht. Und so ein bisschen so anleis könnte vielleicht mal passieren, dass eben das bis auf Weiteres einmal ausläuft und dann eben nicht mehr vorhanden ist. Nun gut, also Sie sehen, sehr ähnlich bei den Girokonten und ein paar Fangstritten, obwohl mir einfach den Girokonten nicht so gut gefällt. Sie finden hier eine ausführliche Beschreibung der unterschiedlichen Vergleichspunkte plus eben, wie so eine Kreditkarte, also wie die Bankkarte aussieht, eben im Text weiter unten. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die einfach unter dem Video oder eben hier im Blog und wir beantworten eben Ihre Fragen äußerst gerne. Vergessen Sie nicht, dieser Eröffnungsbonus, den es aktuell gibt, in der Höhe von 75 Euro, könnte jederzeit abgeschafft werden. Vielen Dank fürs Zusehen und vielleicht schreiben Sie ja, welches Girokonto Ihnen besser gefällt. Vielen Dank.